Hallo, immer noch Dienstag, aber jetzt Dienstag 17 Uhr. Meine Zwischenmahlzeit ist angesagt, Prinzessböhnchen mit gekochter Pude bzw. gekochtes Hähnchenbrustfilet. Hähnchenbrustfilet vorher klein schneiden in kleine Würfel, vorher einen Suppenwürfel ins Wasser und im Suppenwürfel abkochen. Schmeckt sehr lecker, bekommt einen leckeren Geschmack durch den Suppenwürfel. Danach das Böhnchen oben drüber und pikant Gewürz von Fuchs dazu, das ist ohne Salz, das ist ein herrlich rotes Gewürz. Schmeckt sehr, sehr, sehr lecker und ist sehr, sehr, sehr nahhaft. Ja, das war meine Zwischenmahlzeit, jetzt habe ich noch drei Stunden, bis 20 Uhr noch zwei Pörsentraining, eine Beratung. Dann geht es nach Hause, 20.30 Uhr gibt es Abendessen und spätestens um 21.30 Uhr liege ich in der Kiste und mache meine Augen zu. Damit ich morgen wieder frisch und ausgeschlafen bin und morgen wieder voller Kraft und voller Intensität ins Krafttraining gehen kann, weil morgen ist Krafttraining angesagt. Ja, das war es eigentlich schon mal. Bis auf eins, nicht vergessen, ich habe es schon mal gesagt, habe es vor zwei Tagen angekündigt, ich kann eure wichtigen Fragen immer erst am Freitag beantworten. Freitag habe ich Homeoffice-Tag. Homeoffice bedeutet, ich bin den ganzen Tag, außer morgens zwei Stunden, da bin ich im Training und im Pörsentraining eine Stunde, aber den restlichen Tag steht mir zur Verfügung, meine Facebook-Seiten zu bearbeiten, meine YouTube-Seite zu bearbeiten und den ganzen Tag von morgens bis abends Trainingsplanungen, Ernährungsplanungen, neue Trainingsplanungen, neue Ernährungsplanungen und Folgeplanungen meiner Online-Coaching und meiner Vorartkunden zu erstellen. Somit habt bitte Geduld, bis Freitag. Freitag werde ich eure wichtigen Fragen, die noch nicht in meinen Clips beantwortet sind, werde ich definitiv beantworten, so gut wie es geht. Bis dahin, alles Gute, Andreas Triebacher, bis die Tage.